Die Steuerungseinheit des Pariboy Free kann mit dem mitgelieferten Netzteil oder mit Batterien bzw. Akkus betrieben werden. Waschen Sie vor jeder Inhalation gründlich die Hände. Verbinden Sie den Medikamentenbehälter mit der Verneblerkammer. Positionieren Sie dazu den Haken des Medikamentenbehälters an der Verneblerkammer. Setzen Sie den Medikamentenbehälter bündig auf die Verneblerkammer und schließen Sie die Laschen. Verbinden Sie den Vernebler mit der Steuerungseinheit. Stecken Sie den Vernebler in die Steuerungseinheit. Achten Sie darauf, dass die Lasche an der Unterseite des Gerätes einrastet. Wenn Babys oder Kleinkinder noch nicht mit dem Mundstück inhalieren können, stecken Sie die Smart Mask Baby an den Vernebler. Bitte achten Sie bei der Therapie mit Maske darauf, dass diese beide Mundwinkel und Nase vollständig umschließt. Größere Kinder und Erwachsene sollten das Mundstück verwenden. Stecken Sie das Mundstück an den Vernebler. Zum Einfüllen des Medikaments schrauben Sie den Deckel vom Vernebler. Füllen Sie die vom Arzt angewiesene Menge Medikament in den Medikamentenbehälter. Es sollten mindestens zwei Milliliter, jedoch maximal sechs Milliliter eingefüllt werden. Schrauben Sie den Medikamentendeckel auf den Vernebler. Setzen Sie sich entspannt und aufrecht hin. Drücken Sie die Ein-Aus-Taste an der Steuereinheit, um die Vernebelung zu starten. Es ertönt ein kurzer Signalton. Die LED der Taste leuchtet grün. Nehmen Sie das Mundstück zwischen die Zähne und umschließen Sie es mit den Lippen. Halten Sie den Pariboy Free während der Inhalation waagrecht. Atmen Sie möglichst langsam und tief durch das Mundstück ein und entspannt wieder aus. Die Inhalation kann beendet werden, sobald kein Nebel, also Aerosol, mehr beim Ausatmen aus dem Ventil am Mundstück austritt. Die Dauer der Inhalation ist abhängig von der Menge der Inhalationslösung. Sobald Sie mit der Inhalation fertig sind, schalten Sie das Gerät aus, indem Sie erneut die Ein-Aus-Taste drücken. Es ertönt ein kurzer Signalton und die LED der Taste erlischt. Es bleibt ein Restmedikament im Vernebler, der nicht vernebelt werden kann. Reinigen und desinfizieren Sie den Vernebler, wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben. Untertitelung des ZDF, 2020